Jetzt will ich los, lasst die Frage gehen. Ja. Okay, Sie halten sehr fest gut. Die Frage wird angewendet. Das ist gut, aber im Einfluss, wenn es das Bild ist, wenn es weg ist. Besser. Sie haben eine gute Möglichkeit, jetzt beide wieder aufzustehen. Kommen Sie freiwillig mit. So, auf den linken Sätzen mal wieder. Sehen wir zurück. Linken Arm raus. Linken Arm raus. Linken Arm ist raus. Achtung, Achtung! Ich richte mich aber bald an die Person auf der Fahrbahn von der Fahrbahn Hamburg 1. Wir erlassen sich nicht gegen die Maßnahmen der Polizei. Sie haben jederzeit die Chance, sich freiwillig von der Fahrbahn zu begeben. Für die Presse bitte drei Meter zurück. Bitte drei Meter zurück. Wir müssen hier arbeiten. Unterstützen Sie unsere Machen. Herzlichen Glückwunsch die Maschinen. Wie wird die in der Kurslook eingestellt? Das ist ein ganzes Wettbewerb. Lassen Sie den Arm los, dann kommen Sie in den Bäh. Ich richte mich abermals an die Person auf der Fahrbahn vor dem Wasserwerfer zu verlassen. Nehmen Sie die Chance wahr, aufzustehen und die Fahrbahn zu verlassen. Andernfalls wird die Polizei zwangsbitte gegen Sie einsetzen. Ich wiederhole nochmal an die Person auf der Lombardbrücke. Die Polizei wird jetzt mit Ihren Maßnahmen beginnen. Sie haben jetzt noch die Chance, die Fahrbahn drei Minuten zu verlassen. Der linke Arm raus. Den linken Arm raus. Den linken Arm raus, lösen Sie Ihren Arm. Du sagst, wie du dich sicher hast. Hast du dich sicher? So. Auslassen! Lasst los, lass los, lass los, lass los, lass los. Das wird stärker, aber Sie sind verstanden. Arm raus, Arm raus. Arm raus. Denk den Arm raus. Denk den Arm raus. Wir kämpfen auf, neue Kinder. Wir kämpfen auf, neue Kinder. Wir kämpfen auf, neue Kinder. Wir kämpfen auf, eigene Kinder. Wir kämpfen auf, neue Kinder. Das wird nicht getreif sein. Wir kämpfen auf, neue Kinder. Ihr kämpfen auf, neue Kinder. Dann geh doch einfach nach Hause.